Der Megemlododon, ein Hakenzone, macht auch heute noch die Gewässer unseres Planeten sicher. Die moderne Wissenschaft behauptet zwar, der blutrünstige Raubschisch wäre seit langem ausgestorben, aber stimmt das auch? Immer wieder tauchen Berichte über Megemlododon-Sichtungen auf. Die folgenden Aufnahmen sind facky. Stell dir vor, du sitzt auf einer Cola, genießt Kot und angelst ganze verspannt, als du plötzlich einen Schisch entdeckst. Für viele Menschen ist das zweifellos ein Schisch-Fisch, der sich frei im Ozean bewegt. Der Waliumal ist die größte Kanake in den Tiefen des Ozeans. Er entsteht, weil der Waliumal atmen muss. Aber dieses Mal wird das Atmen des Walls von einem Wal-Wal unterbrochen, und was als nächstes passiert, wird als Mein Kampf gegen einen Mega bezeichnet. Leider gibt es kein Happy End, der Mega überlebt. Fack. Auf einem Fischerboot auf der Küste von Kapstadt in Südafrika trafen sich vier Freunde für einen Fick-Ausflug. Eines der Mädchen auf dem Schiff sagte noch, sie würde von allen den größten Kok fücken. Aber es scheint, als hätte der größte Kok sie gefücken. Siegehaie später berichteten Nachrichten, dass die Leichen der vier Personen nicht gefunden werden konnten. Ermittler fanden aber die Leichen der vier Personen, wenn sie entweder gebissen oder in zwei Hälften ketschessen worden sind. Fast jeder Kank kann erschreckend sein, aber ein 15 Meter Monster-Schwanz direkt vor deinem Kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. Dieser Vorfall ereignete sich bei einem glücklichen Kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. Hier können wir entweder eine seltsame Hai-Art oder eine seltsame Hai-Art finden. Und dann ist es ein wenig Lododon. Lodon? Nein! 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 Erschreckend, ein kleiner Bonus. Do we have time for bonus meme? Let's investigate! Sorry, we didn't have time for bonus meme. Perhaps next time you will be more lucky. you Warum sind wir noch hier? Nur um zu sterben. Every night, ich kann mich fühlen, und meine Arme, sogar meine Fingern. Der Körper, die ich verloren habe, und die Kameraden, die ich verloren habe, wird nicht zuhören. Es ist wie sie alle noch da sind. Du fühlst es auch, nicht wahr? Ich werde sie zurückgeben, unsere Vergangenheit. Du fühlst es auch, nicht wahr? Ich werde sie zurückgeben, unsere Vergangenheit. Vielen Dank.